Wer trägt eigentlich die Schuld, an dem das geschah? Mein Vater? Oder meine Mutter? Es sollte meine eigene Schuld sein? Ich habe nichts Eigenes. Ich habe keinen Gedanken, den ich nicht von meinem Vater, keine Passion, die ich nicht von meiner Mutter hätte. Und von meinem Verlobten habe ich dieses Märchen von der Gleichheit aller Menschen. Das ist ein Arschloch. Und die Schuld auf Jesus abwälzen. Tut mir leid, dazu bin ich zu stolz. Vorhanden sein, oder? Oder nicht? Ich stehe nicht so sehr auf Autos. Untertitelung des ZDF für funk, 2017